Holy shit, ja, ihr seht richtig, ich bin wieder da. Guess who's back, back, back again. Ja, was geht Leute? What's poppin'? Ich bin wieder da, ich hatte Sommerurlaub hier auf diesem Kanal, für die, die es nicht mitbekommen haben. Für die es mitbekommen haben, ich hoffe, die Zeit ohne mich war nicht ganz so schlimm, wenn doch, tut's mir leid, aber jetzt bin ich ja wieder da. Ja, und was soll ich sagen? Der Ablauf der Videos läuft jetzt tatsächlich wieder ganz normal. Und wundert euch nicht, ja, ich hab keine Kappe auf, weil meine Haare endlich wieder in einer Länge sind. In einem Zustand, in dem ich was damit anfangen kann, gerade vielleicht nicht unbedingt perfekt. Aber ich hatte auch einfach keinen Bock auf Kappe, weil es hier gefühlte 5 Millionen Grad sind. Mal wieder, naja, anyways. Ja, bevor wir mit dem Video starten, einmal hier kurz schon vorab gesagt, für die Leute, die sich wundern, warum genau hab ich denn jetzt überhaupt Pause gemacht? Ich hab's ja ein bisschen erklärt, aber natürlich auch nur geschrieben, nicht so wirklich effizient erklärt und deswegen würde ich einfach direkt hier mal einen Aufruf starten. Denn dieses Format mögen die meisten hier auf dem Kanal und deswegen, hier Leute, der offizielle Aufruf, es ist mal wieder Zeit für ein Couch Comments. Bedeutet, falls jemand da draußen wissen möchte, warum ich jetzt genau diese Pause gemacht hab und vor allem, was vielleicht in dieser Pause alles Mögliche passiert ist, schreibt es gerne in einen Kommentar mit dem Hashtag Couch Comments, aber auch anderweitige Fragen. Alles Mögliche, was euch zu mir, zu meiner Person, zu diesem Kanal, zu egal was, egal welche Fragen, ich werde sie beantworten. Und ich werde sie mir raussuchen, rausschreiben und dann werdet ihr in diesem Video zu sehen sein. Bedeutet, wenn ihr Bock auf den Couch Comments habt, mal wieder, dann lasst jetzt liebend gern einen Kommentar da. Ich würde sagen, ich hab jetzt lang genug rumgelabert und ich hoffe, die meisten Leute haben jetzt nicht schon wieder abgeschaltet, für die, die noch da sind. Was geht? Kuss. Aber ja, wir starten heute mit dem Video, aber warte mal. Ich muss euch doch erstmal herzlich willkommen heißen und zwar zu einer neuen Folge von... Couch Time. Ja, das habe ich tatsächlich vermisst, muss ich sagen. Ja, Leute, ihr habt es vielleicht anhand des Titels oder des Thumbnails schon gesehen. Und zwar geht es heute um The Walking Dead. Oh, was ein Wunder, wer hätte es erwartet? Viele wahrscheinlich, aber das Video ist das Video, was ich eigentlich aufgenommen habe vor meiner Sommerpause. Aber was irgendwie Probleme hatte beim Hochladen, deswegen muss ich es jetzt halt neu aufnehmen. Naja, gibt schlimmer was, ne? Und zwar geht es in diesem Video um die dümmsten oder auch lustigsten oder vielleicht auch interessantesten Fan-Theorien um The Walking Dead. Hier sei direkt erwähnt, es geht wirklich in dem Fall jetzt nur um die Hauptserie The Walking Dead. Zu Fear The Walking Dead werden tatsächlich demnächst auch ein paar Videos kommen, denn ich habe mit Fear The Walking Dead angefangen. Und ich muss sagen, es hat mich komplett gecatcht. Hätte ich nicht gedacht, ich habe Bock, ich bin voll dabei. Natürlich parallel weiterhin normal The Walking Dead weiter am Gucken bezüglich des Staffel-Ranks. Das wird auch kommen, Leute, das wird kommen, ich schwöre es euch, wirklich. Aber Fear The Walking Dead werden auch ein paar Videos zu kommen, aber wir bleiben jetzt erstmal mit den Fan-Theorien in dem Original The Walking Dead in der Mutterserie. Und ja, ich habe tatsächlich ganze sieben Theorien, lustige Theorien, dumme Theorien, interessante Theorien, komische Theorien zu The Walking Dead. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Reihen. Die erste Fan-Theorie, die wir uns angucken, ist die sogenannte The Breaking Dead-Theorie. Ja, eine Kombination aus The Walking Dead und Breaking Bad. Vielleicht wissen sie einen oder anderen, aber die anderen haben nicht. The Walking Dead und Breaking Bad sind beides EMC-Serien. Und seit Anbeginn der The Walking Dead oder Breaking Bad-Zeit sagen die Leute, ja, dass die beiden Serien leben oder spielen im gleichen Universum, in der gleichen Welt, im gleichen, ja, Universum halt. Denn der gute Merle ist ja ein Drogendealer gewesen oder hat zumindest sehr viel mit Drogen hantiert. Und in Breaking Bad geht es halt nun mal um Drogen, hauptsächlich um Crystal Meth. Und das Interessante an diesem Crystal Meth ist, für die, die Breaking Bad nicht gesehen haben, es ist blau. Ein blaues Crystal Meth. Und in Staffel 2, während wir uns oder der Teil der Gruppe sich auf dem Highway kurz vor Herschels Farm, sag ich mal, befinden, suchen sie nach Tabletten. Ich meine, für T-Dog war es. Und Daryl sucht, beziehungsweise findet halt in Merles Motorradtasche ganz viele Medikamente, darunter halt auch ein paar Drogen. Und das ganz Besondere ist, er findet auch eine Tüte mit blauem, augenscheinlichem Crystal Meth. Was theoretisch der Beweis dafür wäre, dass Breaking Bad und The Walking Dead im selben Universum spielen. Und zu dem Zeitpunkt kamen daher auch super viele Theorien an sich, dass das blaue Crystal Meth von Walter White quasi der ausschlaggebende Grund dafür ist, dass wir Zombies hier rumlaufen haben. Was natürlich mittlerweile als totaler Bullshit abgestempelt wurde, aber die Theorie, dass Breaking Bad und The Walking Dead im selben Universum spielen, ist halt immer noch, steht im Raum, ist nicht bestätigt, aber auch nicht verneint worden. Aber wie gesagt, das blaue Crystal Meth ist halt schon sehr, sehr eindeutig eine Anspielung auf Breaking Bad. Kommen wir zur zweiten Fan-Theorie und das ist die, ich nenne es mal, lasst sie verrotten Theorie. Ja, denn wir fragen uns ja stetig alle, was, wie soll diese Zombie-Apokalypse enden, wie soll es mit der Menschheit weitergehen. Und ja, relativ Mitte der Serie sind ein paar Leute auf die Idee gekommen, Alter, lass die Zombies einfach verrotten. Denn am Anfang der Serie sehen wir nun viele Zombies und diese Zombies sind natürlich auch eigentlich, da sie ja relativ kurz nur tot sind, auch noch relativ frisch. Also die sehen noch gesund aus, haben noch vielleicht ein bisschen Farbe im Gesicht, auch wenn es vielleicht Blut ist, aber egal. Und im späteren oder im weiteren Verlauf der Serie sehen wir dann, wie die Zombies immer mehr verrotten. Es gibt Zombies, die komplett irgendwo festgerottet sind, die einfach komplett nur noch aus ein bisschen Skelett und ein paar Sehnen und Bändern bestehen. Aber halt auch wirklich einfach komplett fast skelettierte Zombies. Bedeutet, der Verwesungsprozess des Toten, der geht weiter. Vielleicht langsamer, vielleicht nicht so schnell halt oder anders als im Normalfall, aber der Verwesungsprozess geht weiter. Dadurch ist die Theorie entstanden, dass je mehr die Zombies frisches Fleisch zu essen bekommen, desto gesünder bleiben sie. Bedeutet, der Zerfall schreitet nicht so schnell vor, heißt je weniger sie essen, desto schneller zerfallen sie. Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo die Zombies halt einfach der Reihe nach umkippen und halt verrotten. Einfach weg sind. In dem Fall wäre das halt quasi ein selbstlösendes Problem. Natürlich ist die Theorie sehr, sehr weit hergeholt, obwohl man sagen muss, natürlich der Verwesungsprozess ist halt schon da. Aber ob das Essen von frischem Menschenfleisch wirklich den Frischhaltefaktor der Walkers beeinflusst, das ist eine andere Frage und das glaube ich nicht. Da bin ich fest der Überzeugung, dass das Bullshit ist. Nichtsdestotrotz, das Verwesen lassen, beziehungsweise verrotten lassen, ist gar kein schlechter Punkt. Kommen wir zur dritten Theorie und das ist die Alien-Theorie. Das ist auf der Liste mit die, ich nenne es mal, weit hergeholteste Theorie und auch finde ich persönlich die unlogischste. Vor allem, weil wir mehr oder weniger den Beweis bekommen haben, dass es nicht so ist. Aber damals waren die Theorien ja nochmal anders. Und zwar geht es darum, dass der Virus nicht menschengemacht ist, sondern von Aliens auf die Welt gelassen wurde quasi. Und nicht nur, dass der Virus von Außerirdischen in die Welt gesetzt wurde, auf die Welt gesetzt wurde. Nein, laut der Theorie benutzen die Alien das auch mehr oder weniger wie eine Forschung, um nachzuschauen, wie reagiert der Mensch auf so eine Krise. Und ja, abgesehen davon, wie gesagt, dass es halt bestätigt ist, dass es menschengemacht ist. Also, bisschen weit hergeholt ist die Theorie. Aber wie gesagt, das ist die, finde ich persönlich, schlechteste Theorie, beziehungsweise blödsinnigste. Aber sie existiert nun mal und deswegen steht sie mir noch auf der Liste. Aber hey, sind wir mal ehrlich. Aliens in the Walking Dead, das wäre halt schon zu abgespaced, oder? Kommen wir nun zur Theorie Nummer 4. Und das ist tatsächlich mit eine meiner Lieblingstheorien, weil ich sie gar nicht mal so unfassbar verwerflich finde. Und zwar ist es die, der unsterbliche Zombie-Rig-Theorie. Im Laufe der Serie haben wir miterlebt, dass der gute Rick Grimes sehr viel überlebt. Viel Zeugs überlebt er einfach mal so. Fällt vom Pferd auf eine Eisenstange, easy. Wird von einer Explosion getroffen, fliegt weg, easy. Er ist fucking aus dem Koma aufgewacht, ohne irgendwelche Beatmungsgeräte nebendran laufen zu haben. Bedeutet, überhaupt der Start von Rick Grimes in die Serie war schon ein Mysterium für sich selbst. Und hier setzt die Theorie ein. Shane dachte ja, Rick ist tot. Vielleicht war er auch tot. Und das ist der Moment gewesen, wo der Virus eingesetzt hat. Und der Virus hat bei Rick zugegriffen. Aber nicht wie er bei den anderen Zombies zugegriffen hat. Sodass er quasi ein hirnloser, fleischfressender Typ ist. Sondern einfach, dass er dieses Wegstecken von so Verletzungen halt einfach easy hat. Weil er halt sowieso tot ist. Halt nur nicht so wie die anderen Toten. Denn unabhängig von den ganzen Verletzungen, die er hat, gibt es auch zwei, drei Szenen, wo Rick quasi in Walker-Blut badet. Und wir sollten uns alle einig sein, dass wenn Krankheiten in The Walking Dead ne Sache sind. Und der Virus halt egal wie von einem Biss oder einem Kratzer übertragen wird. Ich weiß ja nicht. So ne Ladung Walker-Blut im Auge, im Mund und im Nasenbereich. Ich weiß nicht, ob man das als normalo Mensch so, naja, easy wegstecken sollte. Oder wir, würde halt. Wie gesagt, unabhängig von den Verletzungen, Stichwunden, Schusswunden. Bro, der Typ hat einfach mehr Blut verloren als alle Überlebenden von dieser Serie zusammen. Und er steht am Ende trotzdem noch. Und das halt sehr, sehr fit. Und deswegen entsteht diese Theorie, dass Rick einfach eine Art Virus bekommen hat. Und dementsprechend auch untot ist. Mehr oder weniger ein Zombie. Aber halt nicht so wie die Walker, die wir kennen. Und ich sag mal, bis auf die Tatsache, dass er halt irgendwie eine Art Zombie wäre, finde ich die Theorie gar nicht mal so dumm. Weil man muss einfach sagen, klar, Rick ist der Hauptcharakter. Natürlich überlebt er alles. Aber wie er die Sachen überlebt und überhaupt, was er alles machen kann, und das in seinem Alter, er ist auch nicht mehr der Jüngste, ist halt schon wirklich sehr, sehr faszinierend. Kommen wir nun zur fünften Theorie und das ist die Menschenexperiment-Theorie. Und zwar befinden wir uns in dieser Theorie quasi in dem Szenario, dass dieser Virus von der Regierung geplant ist, um halt ähnlich wie mit den Aliens zu gucken, wie die Menschen reagieren. Ob die Menschheit sowas überleben würde, wie die Menschen miteinander zusammenspielen würden. Ob halt, wie sich Negan halt herauskristallisiert hat, eher die bösen Leute das größte Problem sind als die Zombies. Oder ob es halt Leute gibt, die halt sagen, ich möchte auch einfach nur überleben und Leuten helfen. Hierfür könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass das ein riesiges abgesperrtes Areal ist, ähnlich wie bei Hunger Games. Natürlich wissen wir, dass es sehr, sehr weitläufig ist, vor allem wenn wir Fear the Walking Dead und auch The World Beyond und alle möglichen Spin-Offs. Natürlich jetzt auch mittlerweile Dead City mit reinspielt, dass es ein riesiges Areal sein müsste, aber gehen wir mal davon aus. Ganz, ja, ganz Amerika und demnächst dann auch Frankreich. Okay, die Theorie macht mittlerweile echt keinen Sinn mehr, aber egal. Es geht ja um die damalige Zeit und zwar halt wirklich ein abgesperrtes Areal, ähnlich wie bei den Hunger Games. Und da werden halt die Zombies, beziehungsweise der Virus, reingelassen, um zu schauen, wie reagieren die Menschen auf so eine Katastrophe. Und dann gibt es dann noch einen kleinen Plottwist und zwar, weswegen mir die Theorie auch nicht so gefällt, aber gut, man muss es einfach mal so gesagt haben, ja, die Leute, die tot sind, sind eigentlich nicht tot, sondern die sind halt einfach nur weggeschleppt worden. Bedeutet, das ist halt wirklich nur ein Experiment, so ein Social Experiment, kennt man ja, YouTube-Zeiten, gibt es ja. Ja, das ist die Theorie. Gar nicht mal so unfassbar verwerflich, finde ich, weil man kann schon sagen, vielleicht ist es echt von der Regierung gemacht worden, ähnlich wie vielleicht bei The Purge. Hier, wir machen was als Säuberung. Und vielleicht ist es halt aus dem Ruder gelaufen. Das ist halt so die Möglichkeit, deswegen gar nicht mal so unwahrscheinlich, diese Theorie. Kommen wir nun zur vorletzten Theorie und das ist wirklich mit Abstand meine liebste Theorie. Und das ist, glaube ich, auch die Theorie, die das ganze Internet sehr stark irgendwie immer am Diskutieren ist und die auch viele wahrscheinlich kennen. Und zwar ist es die Koma-Traum-Theorie. Und zwar, ganz, ganz kurz gesagt, Rick ist nie aus dem Koma aufgewacht. Er träumt alles. Alle Ereignisse in The Walking Dead sind nie passiert. Alle Leute, die wir in der Serie zu sehen bekommen, sind Menschen, die Rick irgendwo in seinem Leben mal getroffen hatten. Wir wissen ja zum Beispiel, Sascha war ja bei der Feuerwehr. Es ist möglich, dass Rick sie gesehen hat. Abraham war beim Militär. Auch das ist möglich. Glenn ist ein Pizzabote gewesen. Holy shit, das ist wohl sehr wahrscheinlich, dass er ihm mal über den Weg gelaufen ist. Vielleicht. Auch Merle und Daryl als Verbrecher-Duo und Rick als Polizist. Möglich, dass er sie schon früher mal gesehen hat. Auch der Punkt, dass zum Beispiel Nigen als Sportlehrer vielleicht der Sportlehrer von Carl war oder hätte sein können, macht die Theorie tatsächlich gar nicht mal so unrealistisch. Dann könnte man auch sagen, dass alle Bösen, denen wir begegnet sind, quasi, welche sind, die Rick mal verhaftet hat. Oder halt die, mit denen Rick im Polizeileben zu tun hatte. Und alle guten Leute sind halt, welche, die er vielleicht aus dem Privatleben kennt. Oder halt in guten Beziehungen kennengelernt hat. Und selbst so Charaktere, wo man über nachdenkt, wie soll das passiert sein, zum Beispiel Carol. Wie könnte Rick Carol begegnet sein? Natürlich, ja, wegen Ed. Ed hat Carol geschlagen. Irgendwas ist mit der Polizei gewesen. Und dementsprechend hat Rick Carol vielleicht mal gesehen und gefragt, hier ist alles gut bei dir. Was die Theorie natürlich auch mit abrundet, ist weiterhin die Tatsache, dass Rick jeden Scheiß überlebt und einfach fucking gefühlt immun gegen alles ist. Würde einem Traum Sinn machen. Ähnliche Theorie, oder was heißt ähnliche Theorie? Die Theorie ist ähnlich wie das, Spoiler Alert, Finale von Lost aufgebaut. Denn Lost, für die Leute, die es nicht kennen, war auch halt so, irgendwie kannten die sich halt alle schon vorher. Sie sind sich vorher irgendwo mal begegnet, nicht unbedingt groß, sondern eher mal so über die Straße gelaufen, mal am Flughafen kennengelernt und, und, und. Aber ähnliches Szenario wäre hier bei The Walking Dead. Und wie gesagt, das ist mit die Theorie, die ich am besten finde, weil sie in meinen Augen gut möglich ist. Also, es wäre gar nicht mal so verwerflich. Und am Ende der Serie könnte man sagen, gut, Rick wacht auf und da ist Shane und sagt, hey Kumpel, alles gut, ja, wir hatten ihn geschnappt. Und Laurie ist am Leben und Carl ist am Leben und noch ein Kind. Ich weiß nicht, wie sie das mit den Schauspielern machen sollen, aber gut, das sei mal dahingestellt. Aber an und für sich finde ich die Theorie tatsächlich gar nicht mal so verwerflich. Also, das ist mit die realistischste Theorie. Und kommen wir nun zur letzten Theorie. Und das ist auch die einzige Theorie, die irgendwo auf den Comics quasi aufbaut, aber halt eine Theorie über die Serie ist, über den Serienverlauf. Und zwar ist es die Old Man Carl Theorie. Denn ähnlich wie in den Comics könnte hier Carl diese Geschichte seinen Kindern erzählen. Bedeutet, die Serie The Walking Dead ist quasi einfach nur eine Erzählung, die Carl getätigt hat. Jetzt sagen die einen oder anderen natürlich, hä, aber Carl ist doch tot. Ja, aber in den Comics nicht. Und auch, dass er sich in der Erzählung vielleicht halt weglässt, ist gar nicht mal so doof. Fände ich, macht die Theorie jetzt nicht weniger gut. Na klar, er ist ja tot. Aber man kann ja auch sagen, vielleicht hat er ja doch überlebt. Keine Ahnung. Irgendwie so in die Richtung. Also, es wäre auf jeden Fall so ein How I Met Your Mother Ding. Irgendwer erzählt halt diese Geschichte und The Walking Dead ist einfach nur dieser Ablauf. Und am Ende sitzt halt Old Man Carl da und erzählt diese Geschichte halt seinen Kindern, die er vielleicht zusammen mit Sophia hatte. Oder mit Enid. Oder auch wem auch immer, könnt ihr euch hier aussuchen. Und ja, im Prinzip ist alles mehr oder weniger Friede, Freude, Eier, Kuchen. Gut, potenziell leben sie immer noch in einer zombie-verseuchten Welt, aber ja, es funktioniert ja anscheinend dann. Und ja, wie gesagt, dass halt Carl tot ist, keine Ahnung, vielleicht Spannungsfaktor, ich weiß es nicht. Es macht keinen Sinn, aber das ist eine Theorie, Leute. Und vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo die Theorie aufgetaucht ist, war Carl noch nicht tot. Also, das müsst ihr auch bedenken. So, und das war es an der Stelle mit diesem Video. Ja, sieben Theorien, Fan-Theorien, dumme, lustige, interessante Fan-Theorien zur The Walking Dead Hauptserie. Deswegen viele Punkte muss man halt, Fear the Walking Dead, World Beyond und alles andere muss man da außen vorlassen, weil sonst geben die keinen Sinn. Und man muss natürlich auch bedenken, fast all diese Theorien sind so entstanden. Da war Staffel 10 noch nicht mal in Planung und Staffel 11 sowieso nicht. Deswegen nehmt da Rücksicht drauf. Aber jetzt könnt ihr mir gerne mal, wenn ihr wollt, in die Kommentare schreiben, welche von diesen Theorien fandet ihr am interessantesten, am besten, beziehungsweise wo ihr sagen würdet, yo, das könnte man so irgendwie erzählen. Und das macht auch irgendwo vielleicht ein bisschen Sinn. Und sonst könnt ihr auch gerne mal Theorien reinschreiben, die ihr vielleicht kennt, die ich jetzt hier nicht aufgeführt habe. Es gibt ja so viele Theorien zu The Walking Dead. Schreibt sie gerne in die Kommentare. Vielleicht mache ich mal einen zweiten Teil hiervon, wenn ich genug Theorien gesammelt bekomme. Was ich auf jeden Fall weiß ist, wie schon erwähnt, es wird definitiv in der nächsten Zeit ein wenig Fear the Walking Dead Content kommen. Weil Fear the Walking Dead hat mir nochmal so viele Sachen gegeben, die so viel interessant waren und auch viele Charaktere. Das heißt, ein Character Clash unter Fear the Walking Dead Charakteren ist in dem Fall jetzt auch sehr, sehr gut möglich. Und ich hab da richtig Bock drauf, muss ich sagen. Abschließend würde ich noch ankündigen, dass es ja dieses Wochenende natürlich zwei Videos kommen. Ich kann euch jetzt nicht hängen lassen direkt wieder. Und es wird wieder ein The Walking Dead Video kommen. Ich weiß noch nicht, ob das Finale vom Character Clash kommt oder ob ein anderes Video kommt. Das weiß ich noch nicht. Es ist auf jeden Fall ein The Walking Dead Video, was definitiv kommt. Deswegen, falls ihr das nicht verpassen wollt und ihr Bock auf mehr The Walking Dead Videos habt, dann tut mir doch den Gefallen. Und wenn ihr sowieso Bock habt, diesen Kanal hier zu abonnieren, dann macht's halt. Würde mich voll freuen. Wir sind auch in der Zeit, wo ich keine Videos gemacht habe, es ist so viele Leute auf diesen Kanal noch geschlossen. Ich find's super geil. Ich hab richtig Bock. Und vor allem hat mir das auch nochmal krass Motivation gegeben, noch mehr oder noch besser weiterzumachen. Und jetzt ganz, ganz abschließend, wie gesagt, nochmal die Erwähnung. Hashtag Couch Comments. Gerne mal eure Fragen in die Kommentare ballern. Egal, welche Fragen ihr habt, schreibt sie rein. Es muss nichts mit dem Kanal zu tun haben. Es kann auch was einfach mit mir zu tun haben. Egal was, schreibt sie rein. Ich werd sie beantworten. Und wie gesagt, ich werd dann vielleicht auch drauf eingehen, wenn der eine oder andere vielleicht fragt, warum ich jetzt genau eine Pause gemacht hab, werd ich da auch mal ein bisschen drauf eingehen. Mein ganzes Video extra nur zu dem Thema, weiß ich nicht. Ist auch ein bisschen doof. Naja, am Ende des Tages hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, wie gesagt, gerne ein Abo und einen Daumen nach oben dalassen. Ich würd mich sehr, 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 sehr freuen. Und naja, wenn euch Thema The Walking Dead, Serien, Filme allgemein, alles so drumherum interessiert, sekt doch den Kanal gern mal aus. Vielleicht ist hier ja noch anderes da für euch, der euch interessiert. Und dann, wie gesagt, bleibt ihr einfach mal hier. Naja, am Ende würd ich jetzt nur noch sagen, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich dann auf jeden Fall selbstverständlich auf derselben alten Couch wie eh und je. Aber bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.